Das blöde ist, dass sie sich direkt immer aktiviert. Na? Hier war doch noch irgendwo ne Tür. Oh! Fick dich doch mal. Nehme mal noch das eine Pflänzchen mit. Spassdille. Kann man da rein? Nein, da kommen wir nur mit dem Schlüssel rein, oder? So. Ich weiß jetzt aber, dass wir nach oben müssen und dann wieder nach unten. Ich mache den hier erstmal Matsche. Reicht hier einer? Ich weiß das gar nicht. Ja, einer reicht. Das Set ist wunderbar. So, das Schöne ist auch, dass man durch die Plattform durchspringen kann. Also mit Luigi hätten wir uns hier, glaube ich, was einfacher. Einfacher. Huch! Huh! Oh, hier war doch irgendwas. Ja, okay. Oh Gott, was war denn hier? Please. Come here, Stahl. Please. Thank you. Einfach so lieblos. Los, 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 los. Geh in den Schnabel. So. Ah, stimmt. Boss... Boss Attack! Ups. Da war ja was. Musste man zurückschmeißen oder so, ne? Ja. Ach, Fick. Ja, das ist schön. Das ist sehr gut. Uff, wow, fag. Komm, schmeiß sie. Ja. Oh! Ach, ich kann die... Kann ich mich hier aus der Luft angeln? Das ist jetzt ein sehr dummes Muster, was er hat. Das war gut. Das war gut. Das war nicht gut. Das war auch gut. Komm, schmeiß nochmal was. Nicht da hinten hin. Hier unten. Hier, da. Dankeschön. Ach komm. Ja, nice. Oche! So. Ich kann das nicht damit. Ich kann dieses... Warum habe ich denn jetzt ein One-Up bekommen? Ich verstehe das nicht. Yay! Noch ein One-Up. Sehr schön. Wir haben ja wieder vier Leben. Und wir machen weiter mit Peach. So. Ägyptenland. Ich glaube, das... Ha! Ah, jo. Da war ja was. Ah, soll ich... Soll ich... Aber Mr. Schießgerät nervt mich da unten ein bisschen. Da habe ich jetzt irgendwie keinen Bock, irgendwie Leben zu vorballern. Ganz ehrlich. Boah! Okay. Ne. Das lasse ich sein. Oh, guck mal. Wow! Voll weggeschmissen. Geschmissen! Wichtig. Sehr gut. Münzchen. Und die nächste... Uh. Was ist das denn? Was war das denn? Achso, das sind andere Pflanzen. Oh. Oh, oh, oh. Das ist Treibsand hier. Sieht man auch ein bisschen, dass sich das bewegt. Okay, ich muss dich wegschmeißen. Jetzt komme ich hier nicht hoch. Fuck! Okay, lass mich einfach alle in Ruhe. Oh, sehr nice. Ein Stern für die Julia. Alles ist schön gemacht hier. Okay. Ah! Alles klar. Ich verstehe. Oh. Okay. Oh, oh, oh. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo so versteckte Sachen sind. Hier kann ich zum Beispiel nicht graben. Warum auch immer. Hier kann ich auch nicht graben. Oh! Alter! Oh! Hauptsache der Typ da ist weg. Oh! God! Okay. Okay, das war cool. Ist hier wieder bedrohliche Musik? Ich hör das nicht. Oh! Ach du Scheiße, ich will auf die andere Seite. Oh, ich muss unbedingt hier vorn hin. Oh, ich muss unbedingt hier vorn hin. Das wird glaube ich nicht so geil. Puh! Yeah! One up! Warum auch immer. Ich versteh das nicht. Nochmal? Ach, schade. Vielleicht versteht ihr das ja eher mit diesem Lebensgedöns. Ja, ist so gute... Hab dich gesehen, Freundchen. So. Ach komm! Hm. Okay. Wie? Kann ich da auch durch? Ja, Tatsache. Jo. Ne? Dann hat es mir jetzt auch gebracht. Ist er direkt gestört, oder was? Oh, schnell weg, ey. Das ist grad mal wichtiger. So. Was ist das denn? Krieg ich hier Müll, oder was? Ach, das ist die große. Ach, da kann man auch rein. So gut, wenn wir grad schon mal hier sind. Schon wieder nur so eine olle Shell. Ja, natürlich. Ich raff's auch nicht, ne? Schon wieder nur ne Shell. Ich will's auch jedes Mal wieder probieren, ne? Und schon wieder nur ne Shell. Ach, Mensch. Thank you! Das war doch diesmal dann doch ganz gut. Ich glaub, weil wir ne gewisse Anzahl an Viechern getötet haben. Was ist das? Oh, nice. One up. Bomben. Ach, wollen wir da oben führen. Boah. Double kill. Okay. Komm. Komm. Boah. Das ist so böse hier, ne? Pau. Gut. Ja, und. Gemüse. Das war doch ganz cool. Guck mal hier noch, ob hier noch irgendwas spezielles ist. Ne, nur Rümschen. Ich bin hier noch mal. Mein Ohr. Aaaaah. Juckt. Gehen wir mal hier ans Erste. Kann man eigentlich in alle rein? Ja, nur ne Shell? Natürlich. Deiner. Ne Shell. Warum auch nicht, ne? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich runtergehen. Direkt rechts runter. Oh, was ist denn das da drüben, bitte? Da war irgendwas Großes Grünes, das habe ich gesehen. Und ne Shell. Natürlich. Aber der ist irgendwie diesmal einen anderen Weg gegangen, oder? Das macht mir ein bisschen Angst. Äh, jetzt ein Herzchen wäre nochmal schön, weil dann habe ich meine Energie wieder voll. Hier ein Herzchen? Nö. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.